Ja, in der Grundschulzeit, das war Anfang der 60er Jahre, da ist uns die Eindeitung und kein Hochwasser mehr und so als unheimlich fortschrittlich verkauft worden. Das ist völliger Quatsch. Und man muss auch sagen, auf Wiederholen. Ahoi! Ihr seht gut aus. Das ist ja fast wie auch ein Mississippe hier. Aber die anderen da wiederum nichts zu sagen. Also, dass jetzt die anderen sagen, okay, das wird sich da irgendwie nicht. Ach, cool. Ist er das gefangen, ja? Ja. Oh, ja. Hat er hingefangen, gleich. Jo. So war's. 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 Ja, 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 erst gearbeitet, dann das doch gut, ne?